Herzlich Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Sendel, GameAccounts. Es ist endlich soweit, ein neues Let's Play startet mit einem brandneu rausgekommenden Game. Die Rede ist natürlich von Paper Mario The Origami King oder auch hier das Cover davon zu sehen. Das Spiel ist heute am Freitag den 17.07.2020 rauszukommen von Nintendo. Das Spiel kostet um die 55 Euro und das ist eben ein Nachfolger der Paper Mario Reihe, an dem man anfangs viel Kritik ausgeübt wurde. Zum Beispiel an Seiten des Battle Modus, also wie man das da quasi, das Kampfstil, sagen wir es mal so. Aber auch, dass es einfach nicht zu den alten Roots von den ersten Teilen so zurückgeht. Ich bin noch relativ neu in der Paper Mario Reihe, denn mein erstes Paper Mario Spiel, was ich nie gespielt habe, war dieses schöne Teil hier, das war Paper Mario Colors Plays für Wii U. Das war das letzte erste Teil, den ich gespielt habe. Die Originalteile, sei es für N64 oder was dann es alle gab, habe ich das letzte Mal nie gespielt. Kein einziger von denen. Ähm, muss ich definitiv nochmal irgendwann nachholen. Werde ich definitiv auch irgendwann nochmal nachholen. Natürlich auch hier auf dem Channel, wie es es gehört. So, jetzt ist das Grünste schon wieder ein bisschen besser angepasst, perfekt. Ich werde hier auf jeden Fall hier auf dem Channel auch nachholen und durchsocken. Aber nun, jetzt würde ich sagen, erstmal nur sind Paper Mario The Origami King. Ich bin sehr gespannt, wie es ist, weil das Spiel wurde ja komplett kurzfristig auf Twitter angekündigt. Man wusste einfach gar nichts davon und auf einmal war das Spiel da. Und umso gespannter bin ich jetzt, wie das Spiel wird. Aber ich glaube, es wird bestimmt Spaß machen. Ich freue mich sehr darauf, das Abenteuer mit alls annehmen zu können. Ich bin auch gespannt, wie ich mich hier anstelle. Also, ich bin content blind, habe mir auch nichts dazu angeschaut. Ich lasse es einfach auf mich los. Und dann schauen wir mal, wie es denn so wird. Aber ich würde sagen, genau musste meinen Benutzer auswählen. Erstmal aber das Intro. Ist das nicht toll, Bruder, Herr, zu Ende machen wir mal wieder einen Ausflug zusammen. Das Kart fährt wie von selbst und ich kann es kaum erwarten, Prinzessin Pie zu sehen. Ist auch schon viel zu lange her. Ja, und durch Corona könnte man es ja lange Zeit gesehen. Und auf dem Origami Fest wird es sicher super lustig. Eine einzige große Party. Juhu! Ja, das ist doch so. Ja, das ist doch so. Ja, das ist doch so. Da wären wir. Toad Town. Und da ist auch der Pilzpalast. Wo sind denn alle? Sind wir etwas zu spät? Mario, sehen wir uns noch einmal die Einladung an. Wann sollten wir denn hier sein? Ich sage das. Herzlich willkommen zum Origami-Fest in Toad Town ein. Es findet dieses Jahr am x-ten des Urten statt. Ich repeat. Wie ersetzt es natürlich? Dieses Jahr am 17.07.2020. Da haben wir auch ein bisschen das Datum, ne? Die Party soll also heute starten. Gedingst du die Strecken noch an den Fahrbereitungen? Wollen wir es mal im Palast probieren? Vielleicht sind ja alle da drin. Das ist jetzt mal. Aber es ist halt ein bisschen. Da drin. Dann war sie das Jahr am 7.07.2020. Aber es ist das Jahr am 8.07.2020. Also das ist ja auch ein bisschen mehr. Es ist das, ist ja auch ein bisschen. Aber das ist ja auch ein bisschen. Von uns ist das zu mir. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr für die Woche. Ich weiß es nicht mehr. Und das ist ja auch ein bisschen. Es ist ja auch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und da wären wir, der Pilzpalast Die Musik ist so schön Ich parke nur noch schnell das Kart, ja? Ich möchte ungern Geld von dem Park Service ausgeben Tut mir leid, dass du warten musstest Gehen wir zur Prinzessin Na dann Let's go Oh, wir sind mit Luiz dabei Das passt ja sehr gut Öffnen wir doch mal Die große Tür Irgendwie gruselig hier, oder? Und warum sieht man nirgendwo Toads? Mamma mia! Da hab ich doch glatt unser gesenkten Kart vergessen Ich geh's mal ganz doll holen Ja, oder auch nis Hm, das gefällt mir gar nis Wir sollen jetzt denn jetzt noch draußen kommen Wenn die Tür abgeschlossen ist Vielleicht war das ne Falle? Keine Sorge, Mario Ich weiß genau, was uns als Situation macht Mario, um Hilfe bitten Äh Nun gut, ich werde einmal tief durchatmen Und mich schlüsselt zu der Tür suchen Das würdest du doch auch machen, oder? Falls du Prinzessin Piet zuerst liest Sagt ihr, dass ich gleich da bin Bis später dann Okay, dann zauen wir uns doch hier einfach mal ein bisschen um Den richtig, richtig schön designten Pilzpalast Da hab ich so ein paar Bilder von tatsächlich gesehen Da sieht S10 aus Vor allem hier Ah, Mario Aber wer ist jetzt hier drin? Ist ja die Origami-Piez Wie schön, dies zu sehen Beantworte mir eins Findest du nis auch Dass das Pilzkönigreis entfaltet Und zu neuem Glanz erneut gefaltet werden sollte? Findest du nis auch, dass das Pilzkönigreis entfaltet? Ja, aus dem Fall, lass er machen Und die Toads Sollte man sie nis Für alle Ewigkeit zum Zweigen bringen? Ja, na klar Ich verstehe Letzte Frage Wirst du vor mir einklicken Und wie ist neu geboren werden? Na logisch, mach alles für den Satz Das war vielleicht die falsche Antwort Falsche Antwort Tristige Antwort Es spielt keine Rolle Alle deine Antworten sind dünn wie Papier Ha! Lebe wohl Ist die Pizza Auf einmal böse Oh mein Gott Alles um Mario Spektakulärer Auftritt von dir Nichts zu meckern Bist du auch wegen des Origami-Fests hier? Ich finde es sehr einladend Dass man uns hier im Verlies warten lässt Du hast König Bowser auch nicht gesehen, oder? Sieht ihm gar nicht ähnlich Uns hier einfach so hängen zu lassen Boah, Mario Du bist ja auch hier Supi-dupi Ja, supi-toll Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von er Ich meine Ich wollte immer aus dem Eimer gegen das kämpfen Klasse Das ist ja Das ist richtig tolle Aufregen Ich hab so ein Prinzessin Peets gesehen Und das ist auch noch das Obwohl ich sagen muss Dass ich mir Die Prinzessin anders vorgestellt hab Nicht so geknickt Irgendwie Diese tollen Wartwitz hier ist Das ist ein Wahnsinn Aber ja Man kann es hier nochmal sehen Die Prinzessin Peets Die gute Ist schon sehr geknickt Hier Aber was soll's Kann aber nicht geknickt Die Prinzessin Der Platz ist leider so groß Ich hab die Prinzessin einfach hingestellt Dann irgendwie so gesockt Aber der Platz ist leider so klein Aber ja Ich hab die Prinzessin Peets auch Genauso wie ich auch oben den Mario hängen hab Und den Luigi Dafür Danke schön nochmal Dass ich die Aufsteller bekommen hab Danke geht raus dafür So Aber Für das ist ja nett zu gestern Ich will jetzt mal spielen Aufsteller zu bekommen Das ist doch eine nette Brumme außen So Was ist sie Hier haben wir auf einmal ein paar Gumpas Die äh Nicht Gumpas sondern Asaigas Die wollen dass sie mitkommt Oh fein Was kommt als nächstes Ich hab noch nie einen Toad gesehen Das ist doch bestimmt ein Toad Oder Der ist ja auch erst gefühlt neu geboren Oder wie Du Dunkel So als wäre es wissend in Dimensionen gefangen Ist jetzt auch nicht unangenehm oder so Aber Jetzt wird es doch ganz gern wieder raus hier Wenn du also so nett wärst Toll Da leuchtet da jetzt etwas Ist das ein Faltkreis Um nochmal ganz langsam um sicher zu gehen Leuchtet der Boden unter deinen Füßen Dann ist es ein Faltkreis Und jetzt musst du nur noch herausfinden Was man damit macht Würde sagen Wir tun einfach mal X drücken Dann haben wir unsere Faltarme draußen Du hast es geschafft Du hast die Macht der legendären Faltarme entfesselt Puh Meinst du Du könntest sie einsetzen Um es hier herauszuholen Taste doch mal die Wand ab Vielleicht findest du dabei etwas Wenn die Arme außer Kontrolle Und nicht richtig zentriert sind Drücke R Um sie zurückzusetzen Hä? Mist Hä? Hä? Wie wollen die? Ach das ist Bewegungsstörung Heilige Er war eigentlich Ich habe mir die ganze Bewegungsstörung Alles machen muss Hilfe Aber okay Endlich Befreit aus dieser entsetzlichen Zwischenwelt Ich meine Vorhin zwar Sie war ganz okay Wäre ganz okay Aber das habe ich mir eigentlich nur eingeredet Um nicht in Panik zu geraten Wo bist denn du überhaupt? Oh das war nur diese Wand hier Du musst Mario sein Es heiße Olivia Und jetzt willst du sicher alles über mich wissen Und warum ich dran gefangen war Nur Haben wir im Moment leider gar keine Zeit dafür Lass uns einen Weg hier rausfinden Bevor wir noch Falten kriegen Oh dieser Wort wird sie Apropos Falten Mir ist da nie jemand Mir hat da nie jemand Füße gefaltet Trägst du mir's? Joa Das ist ein bisschen so wie der Stern unter Mario Galaxy Schauen wir uns da mal ein bisschen um Komm mal Auch hier die Falte an Oh nein Oh gibt es einen Hammer Yeah Ich hab einen Hammer Was hast du gefunden? Sieht ja aus wie ein Hammer Drück doch mal B Um zu schauen was passiert Damit kann man Wasser stören Wasser im Bauern ist alles Aber hier Also die kann man selber nicht zerstören Damit Aber hier haben wir ja einen Gang gefunden Ich glaube ich hab gerade Eine ziemlich gute Idee Ich weiß nicht Ob meine Einfälle Wirklich immer gut sind Aber ich teile sie Auf jeden Fall gern mit dir Wenn du über nichts weiter weißt Drücke einfach X Und ich werde mein Bestes geben Dir zu helfen Ich bin sicher Wir werden ein tolles Team Auch wenn wir uns Noch nicht lange kehren Hihihi Ja ich glaube Da ist ein Fluchtausgang Also gut Dann schauen wir mal Wo wir hier eigentlich sind Ah definitiv Im Slossverlies Es war zwar Überhaupt nur einmal Im Verlies Aber ich glaube Die Riesen Alle kleinsten Befleg Okay ich glaube Wir gehen mal nach links Und dann können wir noch Sachen kaputt hauen Oder auch nicht Okay da sind Türen So nochmal nach rechts Was ist hier Ich habe was von Bowser gehört Ne da kamen wir her Ich glaube wir vielleicht nicht wieder freiwillig rein Jetzt haben wir zwei Türen Das ist eine Möglichkeit Entweder die hier Oder die andere da hinten Nehmen wir nochmal gleich die Tür Ah ich glaube da wären wir gleich wieder ins Verlies reingekommen Wollt es dann wenig Sinn machen Und dann schauen wir doch mal ob wir das die Tür hier können Nein da braucht man vielleicht einen Schlüssel oder sowas Oder? Nee kommt man sogar dran vorbei Das können wir untersuchen Ich weiß denn was Ihr da mit meinem Sergen vorhabt Aber das könnt ihr gleich mal knicken Oh da wird Bowser ganz schön gebraten Oder wie? Ist ja so wild was hier abgeht Oh no oh no 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 Was ist hier passiert? Das ist ja gruselig Was hast du gesehen? Hoffentlich nichts Schlimmes Das war der letzte Fehlt nur noch der Mit dem Bart Vielleicht reicht die Zeit damit ich das kurz erkläre Diese Gestalten da Die so einen geknickten Eindruck machen Nennt man Fallzärgen Ich möchte keine Panik auslösen Doch die sind super gefährlich Wir sollten also versuchen Sie zu meiden Hm Was glaubst du? Was sie damit eigentlich gemeint haben Du weißt schon Das war der letzte Der letzte Was eigentlich? Das ist eine gute Frage Okay Enten geht es mal nicht weiter Ich frage mal ob die Tür jetzt aufgeht Jetzt geht es ja auf Mario du bist auch hier Worauf wartest du noch? Hol mir sie runter Selbst du weißt Dass man jemanden von Königlichs und Geblüten Nicht so sätestens behandeln sollte Königlich Äh Sind in deinem Königreis alle Bewohner nur Geister Wie ist eigentlich ein Königreis? Ich habe auch einen Körper Der ist nur gerade sehr Ich sag mal unbequem Um sich selbst Um sich selbst gefaltet Deshalb ich diesen geknickten Gestalten zu verdanken Ich habe aber so ein Slimmeres erlebt Aber das ist jetzt egal Ich bin der größte König Bowser Und ich werde verlangen Sofort befreit und entfaltet zu werden So Mario Lass es endlich deinen unversämten Begleiter links Liegen und hol mich hier runter Bowser befiehlt es dir Ich würde das Gleis doch auch auf heute tun Ja ja Außerdem erzähle ich dir ein Geheimnis Wenn ich frei bin Ein guter Geheimnis kann niemand widerstehen Hey lass mich hier runter Okay komm Das will man nicht so sein Dass wir jemals bei Oseifen hat Ich habe nie gedacht Nie hätte ich das gedacht Aber okay Oh Ich dachte es fällt mir einfach wieder auf Pah egal Jetzt mal zum Geheimnis Das ich dir verraten wollte Dieser Raum hat einen geheimen Ausgang Ich habe gehört Wie sich diese Falzen lassen darüber unterhalten haben Elendfaltige Knicks nutze Und jetzt beeil dich Und such den Ausgang Und wenn du von hier entkommst Darfst du mich vielleicht sogar mitnehmen Der Selfie hinten irgendwo Ja das Hofer lässt wieder irgendwelche Faltarmer sind Kann man hier richtig so alles in meinem Magenhauer anzauern Ach da ist er also aus dem Krebs Ist mir da auch blind Ist ja die ganze Zeit die Rolle Aber ich sehe sie so nicht ne Siehst du Baha Wo wärs denn Niveau namens Hey du hast die alte Faltarme Testung Da sind richtig gut drauf Dann schauen wir das mal schnell abhauen Aber die Münzen nehme ich noch mit So viel Zeit muss sein So viel Zeit muss sein So noch ein Block Das sind die Spicer Blöcke Gespeicert Hm Na das bedeutet wohl Dass ein Abenteuer vor dem Set gespeicert ist Da bin ich aber erleistert Lass uns einfach immer so speicern Wenn wir eine von diesen zählernden Blöcken sehen In Ordnung Ach ja Wenn du mal mit Plus das Menü aufgrübt Findest du dort alle möglichen Sachen Die dir helfen können Wenn du verschiedene Optionen ausprobieren müsstest Oder nicht mal weiter weißt Haust du einfach mal im Menü unter Optionen Also was haben wir denn hier Wir haben einmal Items Die werden bald noch westig werden Wichtiges Vermutlich wird es auch westig werden Äh Einstellungen Ich lass die mal an die Wegegungssteuerung Ich weiß nicht ob es es irgendwann mal Bereuen wird oder auch nicht Auch Spicern kann man sein Aber tatsächlich nur an den Spicer Blöcken Das gefällt mir grad gar nicht Aber Was soll's Muss man halt ein paar längere Sessens dann Auf einmal machen Auf dem Disslist Na ja Muss man die edeln Elenden Treppen hier mal wieder alles hochgehen Das geht gleich noch mal Zahnfleißer Das ist Krittes Das sind aber erst Edelnd lange Treppen Edelnd lange Treppen Rauskommen und wie es an dieser Stelle weitergeht Das erfahrt ihr im nächsten Part von Paper Mario Ich finde es ist ein toller Cliffhanger Um den Part aufzuhören Ich bin sehr gespannt wie es weitergeht Das seht ihr Ähm Nächsten Part ist Ich saue dass ich täglich zwei Parten launche Ich weiß nicht wie gut oder nicht gut das funktioniert Das werden wir sehen Das hat's aber soweit für den Part gewesen Ich bedanke mich für das zuhören Macht's gut Also beziehungsweise Partenlinks Das haue ich jetzt am ersten launchwochenende Drei Parten pro Tag raushaue Also Freitag, Samstag, Sonntag drei Und ab Montag dann zwei Parten Soweit zur Info Das hat's mit dem ersten Part gewesen Seien danke für's Hoseen Macht's gut Bis zum nächsten Mal Und ciao Bis zum nächsten Mal